Guten Abend, meine Damen und Herren, zunächst die Schlagzeilen. Wien. Autokasko ab sofort anders und teurer. Kfz-Versicherungen lassen Großschadensversicherung auf. Ministerien sagen Prüfung zum Streit um Erziehungsbögen aus der Schulzeit zu. Wien. Attentat in Gammler Quartier. Täter unter Drogeneinfluss. München. Giftmörder kamen wieder nach Haar. Ausgerechnet in die Nervenheilanstalt Haar, sie war der eigentliche Anlass für die vier Attentate, wurde Mittwoch der Giftmörder von München, der 48-jährige Max Bergmann, eingeliefert. Und zwar der Grunde. Wien. Ein. Wien. Wien. Wien.